Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anders als bei vorherigen Castor-Transporten blieb der Protest auf diesem Teilstück aber friedlich. Nach vier Tagen Protest Aufbruch. Müde und erschöpft sind die Castor-Gegner aber grundsätzlich zufrieden. Denn deutlich später als geplant ist der Atommüll ins Zwischenlager Gorleben gerollt. Nun werden die hochradioaktiven Brennstäbe in einer Halle abgeladen. Dort bleiben sie, bis Deutschland ein Atommüllendlager hat. Immer mehr Menschen sagen, nein, wir können uns einmischen. Und wenn wir Druck machen, wenn wir auf die Straße gehen, dann können wir auch Dinge, die schon beschlossen sind, wieder zum Kippen bringen. Ob in Stuttgart oder in Gorleben oder an den AKW-Standorten. Noch bis zum Morgen Blockaden. Greenpeace hatte die Polizei mit einem Getränkelaster in die Irre geführt und den Weg versperrt. Direkt vor dem Zwischenlager 45 Stunden lang tausende Menschen. Heute früh wurden sie weggetragen. Insgesamt war der Protest friedlich, betont die Polizei. Ich freue mich auch, dass die Bürgerinitiativen ihr Wort gehalten haben und die Friedlichkeit im Straßentransportbereich insbesondere und auch in Harlingen eingehalten haben. 92 Stunden dauerte allein der Transport. Das dürfte knapp 26 Millionen Euro kosten. Das Land Niedersachsen fordert, diese Summe muss der Bund übernehmen. Hier haben wir durchaus eine Dauerbelastung für das Land Niedersachsen schon in den letzten Jahren gehabt. Und wir sind schlichtweg nicht mehr bereit, diese Sonderlast zu tragen. Viel Zeit zur Klärung bleibt nicht. Schon im kommenden Jahr wird wieder hochradioaktiver Atommüll ins Wendland rollen. Für Kritik sorgen auch Pläne, Atommüll nach Russland zu bringen. Dabei handelt es sich um strahlendes Material aus dem nordrhein-westfälischen Zwischenlager Aarhaus. Es stammt aus einer ehemaligen DDR-Kernforschungsanlage und soll nun im russischen Atomzentrum Majak gelagert werden. SPD, Grüne und Linkspartei wandten sich strikt gegen eine Ausfuhr. Die Gegend um Majak im Südoral gilt als radioaktiv schwer belastet. Rossendorf in Sachsen. Hier im Forschungsreaktor entstand der Atommüll, den Deutschland nun nach Russland schicken will. Die Anlage wurde zu DDR-Zeiten von der Sowjetunion mit Brennelementen beliefert. Und nach internationalen Verträgen gilt, Atommüll geht dahin zurück, woher er stammt. Wir sagen eindeutig, wenn die Voraussetzungen, die internationalen Bedingungen so gegeben sind, dann wollen wir möglichst schauen, dass die Sache dorthin kommt, wo sie hingehört. Hierhin soll der Atommüll noch in diesem Jahr transportiert werden, ins russische Majak, 1500 Kilometer entfernt von Moskau. Für die Opposition in Deutschland inakzeptabel. Die Verantwortung wird abgeschoben. Eine Billiglösung wird einer sicheren Endlagerung vorgezogen. Und ich fürchte, das kann auch zu Überlegungen führen, wie man in Zukunft mit dem Atommüll auf eine vermeintlich günstige Art und Weise umgehen kann. Das russische Majak gilt neben Tschernobyl als der am schlimmsten verseuchte Ort der Erde. 1957 explodierte ein Tank mit hochradioaktivem Müll. Deutscher Atommüll, nun also gerade nach Majak, Widerstand auch aus Russland. Majak ist kein Endlager. Das Schlimme ist nur, der Müll bleibt einfach für immer dort, weil er über das Grundwasser in die Natur kommt. Die Verträge zwischen Russland und Deutschland für den Atomtransport sind schon geschrieben, heißt es bei der Bundesregierung. Bisher fehlen aber noch die Unterschriften. Der Chef der HSH Nordbank Nonnenmacher soll nach dem Willen der Haupteigner seinen Posten räumen. Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein forderten den Aufsichtsrat auf, Nonnenmacher zu entlassen. Der Landesbankchef kommt seit Monaten nicht aus den Schlagzeilen. Seine Erfolge als Ernährer werden überschattet von Bespitzelungsvorwürfen und Ermittlungen wegen undurchsichtiger Geldgeschäfte. Öffentlich äußern wollten sie sich nicht. Weder Peter Harry Carstensen, Regierungschef in Schleswig-Holstein, noch sein Amtskollege in Hamburg, der erste Bürgermeister Christoph Ahlhaus. Eine Sprecherin ließ er verkünden, dass HSH Nordbankchef Nonnenmacher gehen muss. Der Hamburger Senat und die Landesregierung Schleswig-Holstein haben heute den Aufsichtsratsvorsitzenden Hilmar Kopper gebeten, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um eine Trennung von Professor Nonnenmacher zu erreichen. Seit Monaten steht Dirk Jens Nonnenmacher wegen einer Spitzelaffäre in der Kritik. Hochrangige Mitarbeiter seien ausspioniert worden, so die Vorwürfe, und mit dubiosen Methoden aus dem Unternehmen gedrängt worden. Die beiden Haupteigner der Bank, Hamburg und Schleswig-Holstein, haben Nonnenmacher das Vertrauen entzogen. Was der Aufsichtsrat nun tut, ist offen. Das, was für heute zu vermelden ist, glaube ich, haben wir vermeldet. Dass der Aufsichtsratsvorsitzende das zur Kenntnis genommen hat und jetzt eben mit seinem Gremium diskutiert, wie damit umzugehen ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende Hilmar Kopper hatte sich in der Vergangenheit immer wieder vor Nonnenmacher gestellt. Nun wird der Handlungsdruck noch größer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Aufsichtsrat dem Willen des Anteilseignisses, der sich in 85,5 Prozent äußert, wirklich ernsthaft nicht folgen. Offen ist auch die Abfindungsfrage. Wenn Nonnenmacher keine Pflichtverletzungen nachgewiesen werden, kassiert er Millionen. Damit gehen die beiden Landesregierungen ein Risiko ein, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, und das kann dauern. Genauso wie die Entscheidung des Aufsichtsrates, der erst am 2. Dezember, also in gut drei Wochen, über die Zukunft von Nonnenmacher beraten will. Die etwa 20 Millionen Rentner können auf ein leichtes Plus ihrer Bezüge hoffen. Nach der Nullrunde in diesem Jahr erwartet die Deutsche Rentenversicherung, dass die Altersbezüge Mitte 2011 um etwa 1 Prozent steigen. Grund sei die gute Entwicklung der Konjunktur und der Einkommen. Die endgültige Entscheidung über die Höhe der Renten fällt im kommenden Frühjahr. Verteidigungsminister zu Gutenberg hat bei einer Tagung in Berlin gefordert, offen über Wirtschaftsinteressen und Sicherheitspolitik zu diskutieren. Der CSU-Politiker sieht zwischen beidem einen Zusammenhang. Die Opposition reagierte empört. Die SPD warnte davor, den Verteidigungsauftrag der Bundeswehr umzuinterpretieren. Im Frühjahr hatte der damalige Bundespräsident Köhler eine Verbindung zwischen Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen hergestellt. Dafür war er heftig kritisiert worden. Als Folge trat Köhler zurück. Mehr Tempo bei Reformen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Das fordert die EU-Kommission von den Ländern, die der Gemeinschaft beitreten wollen. Mehreren Balkanländern erteilte die Brüsseler Behörde einen Dämpfer. Aussichtsreichste Kandidaten bleiben Kroatien und Island. Der Türkei bescheinigt die Kommission Fortschritte, spricht aber auch Defizite bei Grundrechten und Meinungsfreiheit an. Ein Minztee auf der Straßenkreuzung. So traditionell kann es aussehen, das Bild von der Türkei. Aber auch das hier ist die Realität. Hochmoderne Montagehallen für Autos oder Flugzeuge. Das Land am Bosporus ist Mitglied der G20, erwartet 7% Wachstum. Investoren gilt es als das China Europas. Diesen Aufschwung nimmt auch die EU in Brüssel wahr. Und dennoch, beitrittsreif sei die Türkei nicht. Die Türkei habe einen wichtigen Schritt gemacht, mit der Verfassungsreform die Macht des Militärs zu beschneiden. Aber das Reformtempo ist nicht ausreichend. So kritisiert die EU, dass die Türkei aus alter Feindschaft weiter ihre Häfen blockiere, für Schiffe aus dem EU-Mitglied Zypern. Ein Vater bringt seine Tochter zur Zwangsheirat. Auch bei Frauen- und Menschenrechten sei die Türkei nicht europareif. Gleiches gilt für die Meinungsfreiheit. Gegen über 1000 Journalisten in der Türkei laufen Ermittlungen. Und dennoch, in der EU sind vor allem Großbritannien, Schweden und Italien für einen Beitritt der Türkei. Skeptisch bis klar dagegen sind Frankreich, die Niederlande und auch Deutschland. Von einer privilegierten Partnerschaft spricht die Kanzlerin regelmäßig. Der Außenminister zeigt sich heute offener. Das Tempo der Reformen in der Türkei bestimmt auch das Tempo des Beitrittsprozesses. Bekommt die Türkei eine Chance in Europa? Sie hinzuhalten, funktioniert nur solange sie Bittsteller ist. Genau das aber ändert sich gerade. Wirtschaftlich stark und strategisch gut gelegen, fragen sich viele Türken, was man eigentlich genau davon habe, in Brüssel einer von vielen zu werden. Empfänger von EU-Agrarbeihilfen werden vorerst nicht mehr öffentlich genannt. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner ließ die entsprechende Liste im Internet sperren. Sie reagierte damit auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Die Richter hatten gerügt, dass mehr Angaben als nötig über die Betroffenen veröffentlicht werden. Die Bundesregierung sieht sich durch das Urteil bestätigt. Sie hatte die Daten erst auf Druck der EU ins Internet gestellt. Der Sprecher von Bundesfinanzminister Schäuble, Michael Offa, ist zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus dem Rüffel, den Schäuble ihm bei einer Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag erteilt hatte, vor laufenden Kameras. Offa begründete seinen Rücktritt damit, dass er nicht mehr das volle Vertrauen des Ministers genieße. Der Umgang Schäuble mit seinem Sprecher war auch in Union und FDP auf Kritik gestoßen. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat einen neuen Ratsvorsitzenden, Nikolaus Schneider. Das Kirchenparlament wählte den 63-Jährigen in Hannover mit großer Mehrheit. Schneider hatte dieses Amt bereits rund ein Dreivierteljahr übergangsweise inne, seit dem Rücktritt seiner Vorgängerin Margot Käßmann. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Musikalisch symbolstark begannen die Mitglieder der Synode ihren Wahltag in Hannover. Einziger Kandidat und seit Februar kommissarisch im Amt Nikolaus Schneider. Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland und seit heute gewähltes Gesicht und Stimme der 24 Millionen deutschen Protestanten. Mit Ja haben gestimmt 135, mit Nein 4 und es gab 4 Enthaltungen. Fast 100 Prozent ein starkes Mandat für Schneider, Sohn eines Duisburger Stahlarbeiters, Pfarrer in Rheinhausen und großer Fußballfan. Schneider kennt das Ringen mit Gott, eine Tochter starb an Leukämie. Er ist ein Seelsorger, sagen Freunde. Schneider ist ein schnörkelloser Protestant, der sehr verlässlich ist, mit dem man sehr offen reden kann. Der selber eine sehr präzise Meinung hat, aber auch die Meinung des anderen toleriert. Nico Schneider ist einer mit ganz viel Herzenswärme, aber trotzdem mit sehr, sehr viel Klarheit, mit strategischem Verstand. Eine starke Stimme der Kirche will er sein, verspricht der neue Präses. Und von der Politik nicht schweigen, etwa beim Atomkonflikt. Ich halte es für falsch, dass die Laufzeiten verlängert wurden. Aber eins ist ganz klar, was die Endlagerfrage angeht, da haben wir auch noch einiges vor uns. Allmorgen ist ganz frisch und neu. Mit einer neuen Spitze haben die Protestanten heute den Anfang gemacht. In vielen Städten und Gemeinden ist heute an die Verbrechen in der Pogromnacht vor 72 Jahren erinnert worden. In München wurden am Gedenkstein der ehemaligen Hauptsynagoge die Namen der Juden verlesen, die ins KZ Dachau verschleppt worden waren. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 hatten Nationalsozialisten gezielt jüdische Einrichtungen angegriffen. Mehrere hundert Menschen wurden ermordet oder in den Tod getrieben. Mehr als tausend Gebäude, darunter viele Synagogen, wurden zerstört. Auf der Glienicker Brücke zwischen Berlin und Potsdam haben Bundespräsident Wulff und Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck an den Fall der Mauer vor 21 Jahren erinnert. Hier verlief einst die Grenze zwischen Ost und West. Wulff sagte, wegen der Pogromnacht sei der 9. November ein besonders schwieriger Tag in der deutschen Geschichte. Am 9. November 1989 mussten im Zuge einer neuen Reiseregelung die DDR-Grenzübergänge uneingeschränkt freigegeben werden. Der frühere US-Präsident Bush hat seine Memoiren vorgestellt. Darin erläutert er nochmals seine Entscheidung für den Irakkrieg. Bush verteidigt auch das vorgetäuschte Ertränken, das sogenannte Waterboarding, als Verhörmethode bei Terrorverdächtigen. Außerdem übt er scharfe Kritik am ehemaligen Bundeskanzler Schröder. Der habe ihn vor dem Irakkrieg getäuscht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 10. November. Das Tief über Mitteleuropa macht sich in der Nacht und morgen, vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands, mit Regenwolken bemerkbar. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter kurzzeitig, bevor uns ein Sturmtief erreicht, das sich zurzeit über dem Atlantik bildet. In der Nacht regnet es in der Nordwesthälfte mancherorts. Von Bayern bis nach Brandenburg ist es zum Teil klar. Stellenweise breitet sich Nebel aus. Am Tag ist es im Osten und Südosten abseits einiger Nebelfelder recht freundlich. In der Nordwesthälfte regnet es dagegen gebietsweise. Der Regen breitet sich langsam ostwärts aus. Der Wind wird schwach, gelegentlich auch mäßig. Heute Nacht Temperaturen zwischen 6 und 1 Grad, wo es aufklagt bis minus 3 Grad. Am Tag 5 bis 10 Grad, im Süden bis 12 Grad. Am Donnerstag Nachmittag und Abend kommt von Westen teilweise kräftiger Regen auf, damit einhergehen Sturmböen. Am Freitag Regenschauer, vor allem im Norden Sturm. Am Samstag regnet es besonders im Norden, im Süden ist es teilweise freundlich und sehr mild. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Darin Konsequenz aus Skandalen und Affären, Nordbankchef Nonnenmacher soll gehen und strahlender Müll geplante Kastortransporte in den Ural. Untertitelung des ZDF für funk, 2017